Hallo, servus und grüß euch, der Müller von der dezentrale.at. Heute wieder mit einem Video, das ganz ganz weit vor einer Veröffentlichung der Anwendung steht. Also das heisst, wir sprechen heute ganz kurz über BitTower.io. BitTower ist eigentlich meine in Anführungsstrichen Kernkompetenz, nämlich NFTs in Form von virtuellen Grundstücken. Doch um was es bei BitTower genauer geht, dazu gleich mehr. So, da ist er wieder und wie schon erwähnt, heutiges Thema BitTower. Und zwar geht es dabei um ein ganz neues, junges Projekt. Also jünger geht es fast gar nicht. Und ich wurde auf meinem Discord-Kanal mit einer Direct Message angeschrieben, ob das eventuell interessant für mich wäre. Und also er hat mich, dieser junge Mann oder junge Dame, was es dann auch immer ist, hat mich über den Server von Kryptowoxels gefunden und hat da gesehen, a, dass ich meine Grundstücke vermiete und b, halt ziemlich starkes Interesse an virtuellen Grundstücken in Form von NFTs habe. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir heute so ein quasi Grundstück mal zugelegt und habe dann über Discord diesen Herrn oder Dame, was es dann auch immer ist, gebeten, er möge mir doch einen Probe-Account geben. Also dass ich da mal zumindest ein bisschen tiefer reinschauen kann, was da passieren soll. Also wahnsinnig aufregend ist es noch nicht. Aber ich werde euch das jetzt einfach mal kurz zeigen. Das Konzept, was hinter dieser Nummer respektive dieser Anwendung BitTower steckt. Und dazu gehen wir natürlich hier rüber. Und was wir jetzt hier sehen, das ist die vorläufige Webseite. Also das ist einfach nur mal, damit man eine Idee dafür kriegt, was hier passieren soll. Ah, bin ich am falschen Monitor? Hier muss ich hin. Respektive, wie das dann irgendwann mal ausschauen soll. Jetzt grundsätzlich, wie der Name schon sagt, BitTower, da geht es primär um eben dieses Hochhaus. Und in diesem Hochhaus kann man jeweils Stockwerke kaufen. Okay, das klingt jetzt alles noch nicht wahnsinnig lustig, vielversprechend, weil es sind hier nur, keine Ahnung, zehn Stockwerke. In zukünftig soll. Also da muss ich euch jetzt erzählen, was quasi auf Discord steht, bei den Frequently Asked Questions. Die Idee dahinter ist, dass man diese Wohnungen quasi, wenn man so will, möblieren kann, wie man immer möchte. Und das soll auch nicht so in dieser 2D-Nummer bleiben. Also das soll dann schlussendlich schon begehbar sein. Und soll halt die Möglichkeit bieten, dass der Besitzer diese Wohnung vermieten kann. Also auch, dass man da drin in irgendeiner Form eine, wie soll ich sagen, NFT-Ausstellung oder dass man eine virtuelle Filiale darin aufmacht. Es kann für die alle möglichen und unmöglichen Anwendungen, kann diese Wohnung verwendet werden. Also das ist, ich würde es mal am weitesten vergleichen, so ein bisschen mit Kryptowoxels oder mit Dezentraland, wo ihr ja auf eurem Grundstück mehr oder weniger machen könnt, was ihr wollt. Das ist grundsätzlich mal das Ziel, das Basisziel von diesem BitTower. Jetzt ist es so, dass je weiter unten die Wohnungen sind, okay, umso teurer sind sie. Weil, wenn jetzt da einer im Prinzip sich einloggt, dann wird das Bild ähnlich vom Ausschnitt sein, wie das jetzt ist. Also das bedeutet, dass die unteren Wohnungen natürlich zuerst gesehen werden und erst dann wird nach oben gescrollt. Also das ist nicht wie im richtigen Leben, je höher, also irgendwie Dachgeschosswohnung oder Penthouse oder so am teuersten und nach unten wird es günstiger. Hier ist es, sagen Sie zumindest, umgekehrt, weil es halt eben um die Sichtbarkeit beim Eintreten auf diese Webseite geht. Diese Wohnungen sollen natürlich frei handelbar sein über einen Sekundärmarket. Wie ich schon gesagt habe, man kann die auch vermieten und sie halt für alle möglichen und unmöglichen Dinge verwenden. Jetzt eben, wie gesagt, ich habe hier mal einen quasi Testzugriff bekommen und der ist sehr bescheiden, aber ist schon mehr, weil normalerweise seht ihr momentan auf der Webseite genau das. Und ich kann jetzt da noch ein paar Dinge mehr machen. Also wir haben hier jetzt zum Beispiel diese Wohnung, der zur Verfügungsteller hat mir netterweise ein paar Möbel reingestellt, damit ich da mal schauen kann, was man damit so machen kann. Und das ist eigentlich alles relativ simpel. Also ihr könnt diese Items anklicken, dann könnt ihr sie hier oben verschieben. Also ihr könnt mehr oder weniger die Wohnung so einrichten, wie ihr das gerne hättet. Ihr könnt die oder werdet wahrscheinlich in Zukunft können, die Möbel gestaffelt aufzustellen. Also dass es hier vor dem Möbel dahinter ist oder eben hinter dem Möbel. Dasselbe gilt dann hier für das Keyboard. Das kann man da durch die Gegend schieben und so weiter und so fort. Also das sind so die Dinge, die man jetzt mal, wie gesagt, das ist nur ein Probezugang, um mal zumindest ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, was man mit dieser ganzen Sache dann in irgendeiner Form mal machen kann. Jetzt, ich habe hier auch gleich noch den Discord-Channel aufgemacht. Und wie ihr seht, bin ich hier netterweise als Floor-Owner verzeichnet. Also da ich mir einen Stockwerk gekauft habe und was natürlich auch sehr komisch ist, ich bin der Erste. Abgesehen von den Betreibern der Webseite, die ersten drei Stockwerke gehören ihnen und dann kommt dann schon der kleine Müller. Also ihr seht auch hier vom Kanal her, vom Discord-Server, es ist jetzt nicht so, dass sich hier Millionen von Menschen treffen. Die ganze Sache ist wirklich noch relativ neu. Also nicht nur relativ neu, sondern eigentlich extrem neu. Hier kann ich euch kurz vorlesen, what can my floor be used for? Also wozu kann ich mein oder für was kann ich mein Stockwerk verwenden? Also sie sind, also sie werden customizable sein. Also ihr könnt die einrichten, wie ihr wollt. Sie sind natürlich handelbar. Sie sind vermietbar. Sie sind brauchbar für Ad Spaces. Dann halt ähnlich wie auf Kryptoworxels oder auf Dezentraland. Man kann sich natürlich mit Freunden dort treffen. Man kann offensichtlich auch Games spielen. Ich weiss jetzt nicht, ob das bedeutet, dass man auf diesem Stockwerk auch eigene Spiele entwickeln kann oder ob man sich dort einfach trifft, um irgendein anderes Game online miteinander zu spielen. Das kann ich euch noch nicht genau sagen. Als Zeithorizont, wo das Ding mal so halbwegs online gehen soll, nennen sie Juni 21. Also das wäre in irgendwas zwischen zwei bis drei Wochen und anderthalb Monaten. Das werden wir dann sehen. Was aber noch passieren soll, auf jeden Fall, ist, dass dieser Turm hier nicht so einsam und allein in einer mehr oder weniger ansprechenden Bergwelt rumsteht. Also da sollen durchaus noch andere Gebäude dazukommen. NFT Stores und so weiter und so fort. Es sollen auch jetzt wieder eher ähnlich wie bei Polka City. Es sollen Fahrzeuge dazukommen. Ich habe noch keine Ahnung, was diese Fahrzeuge für Funktionen haben werden. Also ihr habt das, wenn ihr meine Videos verfolgt habt. Bei Polka City zum Beispiel könnte ein Lamborghini euer Ansehen erhöhen und euch Zugang zu VIP-Veranstaltungen verschaffen. Auf Megakryptopolis dient das Auto zur Entlastung eurer Mitarbeiter, also dass die nicht zu Fuß zu arbeiten müssen, sondern mit dem Auto und dementsprechend länger arbeiten können, weil sie weniger belastet sind. Aber eben wie gesagt, wie das bei BitTower dann ausschaut, was diese diversen Items, die da kommen sollen, für Funktionen haben, da habe ich noch keine Ahnung. Das weiss ich definitiv nicht und es ist auch nicht wirklich, was herauszugitzeln aus der Person, die mich da angeschrieben hat. Wie gesagt, ich werde euch natürlich den Discord-Server von BitTower verlinken und ich werde euch natürlich auch die Webseite BitTower verlinken. Nur wie gesagt, auf der Webseite könnt ihr einen Turm anschauen mit ich glaube vier eingerichteten Wohnungen und das war es dann auch schon. Also hier wieder ein Projekt, das extrem neu ist. Wir werden sehen, was aus dem Wert, also ich werde euch auf jeden Fall, nachdem ich jetzt auch 0,1 Ether investiert habe und mir so einen Floor gekauft habe, werde ich das natürlich beobachten. Vom späteren Einloggen her soll das auch über ein Metamask-Wallet passieren. Die Frage wird jetzt sein, ob das ähnlich wie bei Kryptowoxels ist, wo im Prinzip jeder Besucher, ohne im Besitz eines Metamask-Wallet sein zu müssen, diese Welt besuchen kann, was natürlich wie bei Kryptowoxels ein riesengroßer Vorteil zu den meisten anderen virtuellen Welten ist, weil dann könnte ich zum Beispiel meine Frau Mama in mein Stockwerk einladen und ein bisschen mit ihr plaudern. Das wird nicht funktionieren, wenn meine Frau Mama zuerst ein Metamask-Wallet installieren müsste, aber das dürfte so weit so klar sein. Wie auch immer, das war eine kurze Vorstellung zu BitTower. Wieder ein Video quasi, das Neueste vom Neuesten, das ist so neu, das gibt es in Wirklichkeit noch gar nicht, aber wie dem auch sei. Ich habe mir das angesehen, finde das mal grundsätzlich von den Möglichkeiten interessant und da ich gerne ja etwas breiter aufgestellt bin, ist das durchaus eine Alternative, die ich mir jetzt einfach mal gegönnt habe. Wenn ihr aus diesem Video Wissen oder etwas Neues oder etwas Interessantes gewinnen konntet, lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn euch das überhaupt nicht interessiert und es schlecht und weiß ich nicht was alles ist, dann ein Daumen nach unten. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns und tschüss euch! Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch! Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch! Ich wünsche euch! Ich wünsche euch!